Was ist die Erkenntnis der Bionik? Auf welchem Wege ist denn die Evolution zu ihren optimierten Ergebnissen gekommen? Könnte es sein, dass nicht nur die Resultate optimiert sind, so wie der Pinguin beispielsweise, sondern könnte es sein, dass auch der Weg, auf dem die Evolution das geschafft hat, ein guter ist zumindest, ein effizienter. Und in der Tat, etwas verkürzt sage ich, die Methode, das ist der Beweis, die zu den Ergebnissen führt, ist ebenfalls optimiert. Die Bionik kann eine vollkommen nahe Quelle von Erkenntnissen und Ergebnissen sein, wie wir sehen. Zumindest öffnet es einmal alternative Denkweisen. Die Bionik kann eine vollkommen nahe Quelle von Erkenntnissen sein, wie wir sehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt.